Wenn Sie für eine Veranstaltung auf der Suche nach einer Location sind, dann schauen Sie doch ganz einfach bei uns vorbei. Die Salzburger AG bietet auch in diesem Bereich viel an. Die Grünfläche rund um das Gebäude, der Wasserfall und die farbliche Gestaltung mit Lichteffekten macht die Rotunde der Salzburger AG zu einem Highlight für viele Veranstaltungen. Die Rotunde der Salzburger AG ist ein herausragender Bau. Die Architektur ist einmalig, das Licht steht im Zentrum dieses Rundbaus und sie eignet sich besonders für herausragende Ausstellungen, für Feiern, für Partys. Sie ist immer wieder ein gefragter Standort, auch aufgrund der zentralen Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und der Lage im Herzen Schalmos. Auch die Nähe zur Autobahn und ausreichend Parkplätze sind ein Vorteil. Für Veranstaltungen verfügen wir über ausreichend Parkplätze und die Nähe zum Hauptbahnhof macht es für Veranstaltungen auch sehr gut erreichbar. Rundum flexibel ist die Rotunde auch aufgrund ihrer durchdachten Infrastruktur. Direkt an die Rotunde angeschlossen ist ein Speisesaal, ein Foyer und Seminarräume. Wir sehen hier den Seminarraum der Salzburger AG, groß vom Fassungsvermögen her, gut ausgelastet, ausgestattet mit moderner Technik, leistungsstarke Beamer, Ton, Mikrofon vorhanden, den wir auch abteilen können. Wir können daraus zwei Räume bilden und sehen, dass er sehr gerne willkommen ist, auch für Pressekonferenzen und Seminarveranstaltungen. Angeschlossen an unsere Rotunde und in Verbindung zum Seminarbereich das Foyer, in dem man auch Catering bereitstellen kann, Catering, das auch die Salzburger AG serviert. Weiter geht es in den Stadtteil Salzburg-Aigen, wo wir das Umspannwerk für Seminare anbieten. Die Salzburger AG ist ja aus ihrem Auftrag heraus schon ein sehr großer Liegenschaftseigentümer, das heißt, es sind sehr viele Gebäude und Grundstücke und sind immer schon sehr viel Wert auf Personalentwicklung gelegt. Und so hat es sich ergeben, dass wir in unserem Umspannwerk eigen ein Seminarzentrum geschaffen haben, das wir in den letzten Jahren auch sukzessive erweitert haben und nun über drei Seminarräume verfügen. Wir bieten Platz zwischen 20 und 60 Teilnehmern und können auch EDV-Schulungen anbieten. Alle Informationen zur Vermietung finden Sie auch im Internet. Bis zum nächsten Mal.